Annalena Baerbock ist nicht nur die Außenministerin in der Regierung, sondern auch Mutter und Ehefrau. Ihr Mann und ihre Töchter sind ihr ganzer Stolz. Doch leider bekommt die ambitionierte die grüne Politikerin ihre Familie nur sehr selten zu Gesicht. Sie ist die Frau, die alteingesessenen Herren wie Olaf Scholz, SPD, und Armin Laschet, CDU, den Kampf ansagt hat. Als ehemalige Vorsitzende der Grünen und amtierende Außenministerin sorgt Annalena Baerbock aktuell in der Bundesregierung für weibliche Durchschlagskraft. Um Deutschland grüner zu machen, wollte die gebürtige Niedersächsin sogar die nächste Kanzlerin nach dem Ende. Von Angela Merkels 16-jährige Amtszeit werden und schrammte nur knapp dran vorbei. Doch für ihre politische Karriere musste die verheiratete Mutter zweier Kinder privat einige Opfer bringen. Jetzt gesteht Annalena Baerbock, wie häufig ihr Mann und ihre Töchter ohne sie auskommen müssen. Daniel Hohlefleisch, Mann von Annalena Baerbock, ist Lobbyist. Annalena Baerbock ist nicht nur leidenschaftliche Politikerin und jüngste Kanzlerkandidatin aller Zeiten, sondern auch glückliche Mutter und Ehefrau. Gemeinsam mit ihrer vierköpfigen Familie wohnt die Grünen-Vorsitzende im beschaulichen Potsdam am Rande der Hauptstadt. Seit 2007 ist Annalena Baerbock mit ihrem Mann Daniel Hohlefleisch verheiratet. Und der kann seiner erfolgreichen Frau karrieretechnisch sogar das Wasser reichen. Als PR-Manager und Lobbyist arbeitet der Ehemann von Annalena Baerbock für die Deutsche Post DHL Group in Berlin. Daniel Hohlefleisch ist insbesondere für die Politik Kontakte im Unternehmen zuständig. Und dazu zählte natürlich auch seine heutige Ehefrau Annalena Baerbock. So lernte Annalena Baerbock ihren Mann kennen. Kein Wunder also, dass sich das erfolgreiche Paar über die Arbeit kennenlernte. Der Kommunikationsspezialist war zwischen 2004 und 2017 in der Parteizentrale der Grünen tätig. Dort begegnete Daniel Hohlefleisch, der Jungen und ambitionierten Politikerin Annalena Baerbock. Es funkte. 2007 gab sich das Paar das Jahrwort und bekam zwei Töchter, 2011 und 2015. Die beiden verbindet jedoch nicht nur die Liebe zu ihren Kindern, sondern auch das gemeinsame parteipolitische Interesse für die Grünen. Während Annalena Baerbock seit 16 Jahren Mitglied in der Partei ist, hat ihr Mann sogar gut 20 Jahre auf dem Kerbholz. Daniel Hohlefleisch gründete früher die Politikfabrik, mit der er junge Menschen für seine Partei begeistern wollte.